Ladies and Gentlemen! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Afterbirth! Immer noch mit dabei Tuchel! Yes! Yes! Okay, diesmal fangen wir um Lille freizuschalten, den Greed-Modd mit Absatz hier einmal. Ich hab schon was erfahren, 99 Coins pro Raum einen Coin und ja, Frau machen. Ja, ich will hoffen, dass das jetzt auch so ist. Ich hab nur irgendwie damals gelesen, dass das so sein soll. Anscheinend nicht! Es ist irgendwas... Silber nachher? Okay... Was passiert? Sprengst du... Sprengst du... Ähm... Okay... Ich höre so ein Cube of Meat. Ich bin heig... Oh... Loll! 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 Okay, das ist einfach nur... Noch ein Raum. Da spawns zu Gegner. Und dann gibt's nur noch Sachen. Oh lol, das ist auf Zeit! Warte, wir können doch hier noch eingehen. Ich koch jo! Da ist jetzt nichts mehr weiss von Nathenburg. 7 Münzen, kann ich noch was holen? Q of Meat würde ich gerne haben. Blutbang, 90 nicht. Ah lol! Ich hab hier auf dem Fenster erneut gehe, krieg ich Damage. Ich hab mich schon gewonnen, weil gerade der Schaden kam. Ah, der ist gestanden. Ich hab mich gar nicht gesehen. Ich hab mich gar nicht gesehen. Ah, okay, das ist gar nicht so... Ich hab mir das vor. Aber das ist einfach... Mal sehen... Ach, was geht jetzt? Okay, das ist jetzt, wenn du überhaupt rauskommst. Oh, okay, da ist es nicht. Jetzt meine ich, ich muss hier 8 Späne überleben. Ah, ich hab keine Worte, schade. Du brauchst aber Geld und... Ja, ja. Spreng Job. Du kannst glaub 1 Gold einziehen und das zu Wego. Ja, ja. Ich würde dich aber noch nicht wegen Cube of Meat. Aber hier vielleicht wird schon was gelöst. Das ist nice. Du hast mir zu schwanger gedacht. Nein, Mensch. Wie tut das interessant? Ah, da unten ist jetzt frei. Mir ist nichts. Mir ist auch nichts. Dann gehst du in den nächsten Raum. Soll ich spielen oder nicht? Nein, komm. Okay. Super Ebene. Ja, der ist super good. Und den Ultra good. Jetzt hast du wieder den Silber in den Raum. Curse of the Maze. Ja. Ja. Das wäre egal. Kennst du das Item schon? Alle Items-Pools werden zusammengenischt. Das weiß. Du kannst Devil-Item-Schock kriegen oder... Ja, okay. Also, dass da nichts mehr festgelegt ist. Jo. Das nehme ich mal mit. Könnte hilfreich werden. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Ja. 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 Ja, gib mal. Okay, einmal kurz. Schicht wechseln. So, ich übernehme jetzt deinen Kanal. Habe ich es gehört? Ja. Spaß. Äh, das war wer. Ist der bewegen, Falltasten schießen. Richtig? Und hier ist halt Pillow oder Karte. Ey, Bombe. Und der hast du halt... Great. Trinkets. Okay. Mein Gott, die Musik. Okay, Items gleich. Kann sein. LoL. Regenbogen-Wiggle-Wiggle. Okay. Versuch mal da die... den Button zu berühren. Hm? Da links ist ein Button. Button, Button, Button. Da kannst du ja Gefahr los rüber. Du fliegt. Was machen die besonders? Äh, keine Ahnung. Ich würde es nur noch fliegen, die dir in den Nachschubreisen wollen. Okay, ich bin einer Beine, ich bin einer Beine. Ich bin einer Beine. Oh, ich bin einer Beine. Ich bin einer Beine. Ich bin einer Beine. Dann nehmen wir ein rotes Herz oder ein schwarzes Herz raus? Äh, dann nimmt die beide Herzen raus. Zuerst das rote, und dann halt. Okay. Wenn ich raus in den Raum gehe, wird das Gude-Reset? Nein, nein. Das ist okay. Falk falsch. Was du machen kannst, keine Ahnung. Genau. Einmal kannst du da kein Damage kriegen, und dann kannst du mit Full raus. Q. Q. Wenn ein Q, der Q Q. Jo. Aber Greenpoint ist echt interessant, ey. Ich glaube, da würde ich nur umkehlen, wie viel ich probieren würde. Er ist spontan zu sehen. Na, wer ist eigentlich so viel für so eine Affen-Karte? Ja, aber... Meine Damen und Herren, ihr hört gerade, dass der Klacker der Tastatur ein echter... Wie heißt das Spiel nochmal? Ja, Ozu-Spiel. Ja, Ozu. Oh, ist er wieder weg? Ah, okay. Ja, da wächst er in die Flasche. Ja, okay. Easy win. Oh. Okay, okay. Okay. Yes. Ich habe auch eben nochmal das Gima zugeschaut. Der ist jetzt auch wieder dabei, er hat einfach mal mit der Lust versucht. Und der musste gegen Lust kämpfen. Der hat sich einfach da auf den Stein gestellt. Lust und einfach still daneben. Der unglaublichste Lust-Fight aller Zeiten. Ja, okay. Ah, okay. Ach, musst du so. Einmal ab so und danach fängt dann... Der Boss. Genau. Dann lassen wir mal eine Schau zum Shop zu gehen. Einmal Shop zu gehen. Einmal Shop zu gehen. Ich glaube, das ist geil. Okay. Schlüssel muss ich mir erstmal kaufen. Ein Schlüssel... Würde ich auch machen. Ähm... Nimm... Den Dringelbogen bin ich mir nicht sicher. Du denkst ja gerade Jodo. Ich guck mal, hier ist ein Gold drauf. Ja. Mongo Baby. Dieser Mongo. Was macht er eigentlich so nur schießen oder? Äh, der kann einen Buddy of you. Of you. Also mein Englisch ist für den Katz. Für die Katzen. Für die Katzen. Für den Miao. Ich schau mal, ob ich was... den... 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 Wenn ich jetzt Boss Rush mache, droppen ich jetzt Goldteile. Ich versuch das jetzt nicht irgendwie... aufzuheben. Ich schau mal, ob ich jetzt mal sehen, warum ich jetzt das ist. Ich bin froh, ob er das Wiki erstellt oder... Äh, es gilt eigentlich an dem Wiki, aber... das ist schon auch relativ. Oh nein. Ja. Äh... Gerard, ich will es mit. Äh... Da gibt es noch einen Satan-Button. Probier mal. Mach erstmal. Money. Money in the bank. Ich weiß, soll ich den nehmen? Ähm... Das ist sicher. Das... Hm? Das kannst du ohne Probleme nehmen. Nein. Das Schraubel bringt es eh nicht. Das ist halt so wichtig. Ne, das bringt ja nichts, weil wir eh nur in einen Raum kommen. Ja, ja. Oder? Ich bin mir nicht... Ja, stimmt. Hm. Nimm mal die Karte. Strength, das ist geil. Das ist wirklich so... So... ...so... 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 ...do I risky shit oder... No, no! Okay. Zwei Brossers auf einmal. Hm? ...so... 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 ...dass Nenni was aufbauen. Oh... ...dass Nenni was aufbauen. Oh... Ah, Devil Deal... ...is dann... Ah, okay! Hammer nice! Den Sorge! Beides Schrott! Weißt du was das linke ist? Genau. Das sind genau die gleichen Flügel, die Assoziator hat. Okay, was das fehlt? 20. Ich würde auf jeden Fall noch meinen Schlüssel holen. Was haben wir jetzt für Karte? Soll ich die ganze Zeit dran? Komm! Mach nochmal! Was? Der war im Item-Bomb nicht so... ...dann das Herz? Ne, das haben wir schon erst... ...so... 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 ...äh... ...deh ich mir nochmal die Karte auf. Vielleicht ist es ja High-Bomb. Das ist Leben, ne? Ja, nein, nein. Das ist die Bootbank. Der ist ne Bombe, ne? Nehmen wir denn die andere mit, die ist besser. Ich war voll Blutbank, dann könnte ich... Du hast keine Bombe. Ne, warte. Ne, ich dachte ich könnte da ganz halt Plus machen. Wenn ich nämlich Herzen kaufe und das wieder direkt investiere, aber dafür brauche ich wirklich... ...zwei Herz-Container. ...zwei Herz-Container. I-Y-Y-Y-L-A. Poison-Tier-Stuff. Platz-Center. Alter, jetzt zum Beispiel kann ich sowas eingehen. So nach jedem Boss-Rush, ja. Wir warten, man. Easy. Wird einfach eins zum Boden. Genau, warte. Ich hasse diese Dashes. Ja. Wird übersachsen. Oh, bei denen auch. Pass mal, die sind so, wenn man... ...die explodieren. Ne, das ist leer. Money, money, money. Na, ist gut. Okay, dann so. Aber der Gliedfeld ist geil, ne? Ja. Jetzt hab ich eh so'n... ...so'n Chaos-Fall gelesen, wie das Rommis aufgezählt ist, ne? Ach. Dave ist gierig. Ja, ich weiß jetzt nicht. Wir nehmen das Spiel das eh nur auf der Mitte. Und natürlich wollen die es noch nicht rausbringen. Ja, ja. Also auf jeden Fall kann ich sagen, noch ist es im Angebot. Wie, wie viel? 666. Schokomilch auf ihm. 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 Was ist? Einmal schwer durchs Gemüse. Oh. Was ist das? Rubber Cement. Bouncing Tears. Wenn der gleich nochmal dann beim... Achso, Bouncing Brimstone. Ja. Yes. Du musst... Bitte, wenn es einen Gott gibt. Was macht das? Was macht das? Allah! Wo ist mein Allah? Was ist das? Oh. Das ist... Das ist ein Charter. Okay, okay. Das ist einfach ein Kanon-Kungel, oder? Ja, die kannst einfach abfliegen. Ich meine, dann ist der Boss... ... der hat selbst gezwertet. Ja, ja. Das ist... Kennst du noch den alten Prin, der manchmal nur die Zwiebeln auf sich geschossen hat? Das macht der manchmal. Aber das macht er nicht mehr. Oh. So. Ähm. Hebt die blaue Box auf. Pandora's Box benutzen. Das war... Leert hast du? In die Luft sprengen? In die Luft sprengen? Strength. Oh, hast du gesagt? Das war ja... Das war ja... Ja. Oh, das ist Azazier-Schwarz. G-Minis. G-Ni-Tiefe. Denn da ist es. Da ist es. Ich glaube, wenn dieses Herz kaputt ist, dann kommt diese Isaac-Attacke. Denk ich mal. Ja. Oder es ist ein Soul-Hard für Soul-Hard. Es kann sein. Ja, ja. Davon nutze ich überhaupt nichts mehr mitzunehmen. Hm. Das ist die Batterie. Oh. Oh. Weil der jetzt kriegt... Alles... Alles voller Soul-Hard. Oder auch nicht. Äh... Zeil? Oder auch nicht. Der Vogel ist aber auch eh besser. Short Speed. Meine Karte. Das war... Ja, du. Sponsor einen kleinen Spacko. Oh mein Gott. Du brauchst gleich den Champion-Build. Du brauchst mehr Schaden, ne? Ah! Das kann Schaden bekommen dann. Du wurden ganz mitten gedroppt. Das war so ein Gold. Ja. Ja. Das kann ich aber sehen. Ja. Das kann ich aber sehen. Ja. 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 Boah. Okay du kann es. Champion-Build. Was lohnt sich nur? just this would you actually die Kerze holen. Die Kerze sind richtig fit damage machen. Blümstown! Blümstown! Blümstown vs. Blümstown Blümstown Beaver Blüm Beaver Blüm Da Da oben so weiter Zweite Ich kann nicht mehr Ah, der hat's Ja, was kommt hier? Lommons und Tunny? Das Monster-Teil? Ja. Mann! Ja, du, da geht's halt auch schon fliegen, ne? So, und noch was? So. Ähm, da, okay. Schön. Ne, das war noch geklappt, ne? Oh, klappt nicht. Ähm, die Fackel ist auf jeden Fall gut. Dann, wenn du jetzt leer hast, wenn du einmal drückst. Dann? Dann kannst du halt hier ne Flamme verschießen, die Damage macht. Und ich glaub das war sogar die Nachkrankbarung. Mein Gott, die hab ich noch nie geklappt. Ich hab keine Ahnung, wie man die prädiktet. Ne, das war die Nachkrankbarung. Versuch den Zweierzöller. encke aus und zwar. Oh, Das war lord. Es geht nur auf jeden Fall. Das war die Noten der Zeit. Ich hab dir das machen in der Fall. Ich hab dir die Nachkrankbarung. Warte, ihr oder? Was ist das? Geh dir das mit mir? Ich spiel ab. Ich bin die Hotsch. GG. Du kannst einfach noch Herz haben. Du kannst nur noch zwei Herz hinholen. Nimm einfach das Herz. Nimm das Herz. Warte mal. Geh nochmal zurück. Ja. Zurück in den Shop. Benutz mal die Kerze auf einen der Shop-Besitzer da. You need to burn here. Blob. Die haben ja manchmal aufgeregt. You need to burn here. No. No, no. Böse. Die facken. Das braucht auch einen Burn hier. Sie move. Nee, das geht nicht. Okay. Ich komm jetzt in den Unterbau. Es ist quasi ein kleinen Unterbau. Da passt Isaac mit an. So. Oh lol. Ist das Hurensohn. Dann kommt da noch Cathedral und... Da hallo old starts up. Up up. Ich stell es mal in den Shop. Squeezy. Da ist irgendwo... Oh, da sind Schlüssel direkt. Lash. Bissi. Na komm. Das geht natürlich. Loil. Was macht mir das überhaupt was? Äh, wenn du Damage gefressen hast, kannst du dich da reinlegen und dann wirst du halt. Wie immer? Oder? Dann kannst du jetzt mal hingehen und... Ich mein schon. Geh da noch hin rein. Was ist das? Habt ihr das mit Kopfsaugen? Ja, die habt ihr das mit wehne. Ja. Die wehne zu dir sind. Bunt Puppen. Love of Coal. My Xmas Present. Frohe Weihnachten! Es ist nicht für Weihnachten, aber es ist Helloween. Ja und? Komm, 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 komm! Dash! Oder oder? Hast du eigentlich schon hier das Mesh von den Kriegers danach geschaut, oder? Nee, ich gucke nur live. Wenn's verpasst, habe ich ja halt gekauft. Ja, die sind neu. Brimstone. Die machen richtig. Brimstone. They spawned noch was nach. Blast! Es gibt wenigstens was noch schießen können, oder? Nein. Deine Ernst! Ja! Was hat da geschossen? Da ist grad ein neuer gespawnt! Nein! Wie viel haben die noch? 23 Minuten. Ja, passt. Zwei verkackte Rounds. Alter, der Güte wurde so geil. Erstmal 5000 Stunden Stream. So, was jetzt? Ja, ich würd sagen... Bonus überhaupt... Plus ist Aufnehmen, Beginn. Minus ist Aufnahme, Stoppen. Okay, das war's mit einer Folge von mir. Ich werd diesen Kanal doch nicht übernehmen. Das ist Domme immer noch. Du hast mich enttäuscht. Wieso? Du bist gestorben. Okay. Du aber auch. Ja, aber ich mit Smake. Soll ich gleich in den Death Recap gucken? Soll ich eine Death Recap gucken? Ähm... Musst du nicht. Also ich hatte auch letztens nicht, als ich hier alles bei Salos freigeschaltet hatte. Aha! Aha! 360 Tode! Okay! Okay! Ich muss auch zugeben, ich hatte, als ich bei Salos... alles versucht hatte, alles freizuschalten, hatte ich eine... Killing Spree von... Streak von 3? Ja, die beste Spree ist bei mir 3. Mit der Frage. Ich weiß nicht. Ich komm gerade so eine 9er zu. Ich bin ehrlich. Als ich bei Salos dran war, das war die herausragendste Killing Spree von... Minus... 178. Jetzt sind wir dann zu lassen, das ist ein Krampf. Okay. Gut. Ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss! Tschüss.